Krypto-Experte, Professor Dr. Julian Hoss, oder den Professortitel habe ich gerade erfunden, glaube ich, ja. Dr. Julian Hoss, ich bitte um Verzeihung, Bitcoin-Aktien, Gold und Co. Vor zwei Tagen live auf seinem Kanal. Also, das ist einfach nur ein bisschen als Gedankengang. Also, jetzt vielleicht hier Scherz beiseite, also das sind sicher so ein bisschen die Faktoren. Also, ich glaube jetzt aber nicht, dass jetzt irgendwie hier der große institutionelle Exodus kommt, sondern, ich meine, hier, das ist ein leichtes Premium und fertig. Also, im Vergleich zu davor, klar, wir sind ziemlich weit unten im Premium hier, aber im Vergleich zu den Wochen hier davor ist das jetzt nicht der extrem große Unterschied. Für mich zurzeit, wie gesagt, die Downside ist überschaubar aus dem ganz einfachen Grund, wenn jetzt nicht irgendwie ein neues Makroereignis passiert, sehe jetzt nicht den Grund, warum jetzt hier Bitcoin irgendwie unter die 40.000 signifikant runterdroppt. Okay, er sieht keinen Grund, warum Bitcoin unter die 40.000 Dollar Marke fällt. Zwei Tage später handelt der Bitcoin bei 36.300 Dollar. Man könnte also sagen, diese Prognose ist sehr schlecht gealtert. Mit Capital erwirbst du Kryptowährungen immer, ohne Gebühren und mit minimalem Spread. Bei meinem Testkauf habe ich lediglich 0,3% Spread gemessen, also extrem niedrig. Auch die Abhebungen sind immer kostenlos. Dein Konto füllst du einfach per SEPA-Überweisung. Die Gutschrift erfolgt innerhalb weniger Stunden. Außerdem erhältst du bei Capital bis zu 12% Zinsen auf deine Assets. Sichere dir 20 Dollar Anmeldebonus mit einer kostenlosen Registrierung bei Capital. Mit dem Link unter diesem Video. Du verstehst mich nicht falsch, ich selbst treffe auf diesem Kanal auch oft Prognosen und liege auch mal daneben. Der große Unterschied ist, dass ich mich nie hinstellen würde und versuchen würde, den Markt auf eine so kurze Zeit zu prognostizieren. Weil das schlicht unmöglich und deshalb aus meiner Sicht komplett unseriös ist. Wenn ich eine Prognose treffe, dann ist das in der Regel sowas wie, die Palanty-Aktie kann bis 2030 ihren Börsenwert ver-30- oder ver-40-fachen, wenn sie das, das und das machen. Oder die Tesla-Aktie kann bis 2025 oder 2030 dorthin steigen, wenn das, das und das eintritt. Aber zu sagen, der Bitcoin hat aktuell keinen Grund unter 40.000 zu fallen, schlicht weil es gar keinen Grund gibt und das angesichts der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, das finde ich schon fatal, ehrlich gesagt. Denn vor einigen Tagen hatte ich ja in diesem Video euch erklärt, dieses Video mit dem Titel, das muss passieren, damit Bitcoin und Co. wieder steigen, dass es eine wahnsinnig starke Korrelation gibt seit dem Jahr 2020. Eine Korrelation, das heißt eine Verbindung, eine Verkoppelung zwischen dem Aktienmarkt und dem Kryptomarkt. Und diese Verbindung wird noch stärker, wenn wir uns auf den Markt der Technologie und Wachstumswerte fokussieren. Das heißt, es gibt eine wahnsinnig starke Verbindung, fallen Wachstumsaktien, dann fallen Kryptowährungen in der Regel im gleichen Maße. Und diese Korrelation, diese Verbindung erkläre ich mir damit, dass der Kryptomarkt mittlerweile komplett unterwandert, gekapert wurde von dem Big Money, dem Smart Money, den Institutionen, den Banken, den Hedgefonds. Die kontrollieren, wo es lang geht. Die kontrollieren die Kurse, genauso wie sie an der Börse die Kurse kontrollieren. 10% des Handelsvolumens sind Kleinanleger wie du und ich an der Börse und 90% des Handelsvolumens sind die großen Jungs. Und deswegen sind wir auf die großen Jungs und deren Gelder letztendlich angewiesen, damit unsere Depots auch steigen. Und viele wollen das nicht hören, weil das natürlich sozusagen gegen die Grundidee auch der Kryptowelt geht. Also diese Abhängigkeit plötzlich von der alten Welt. Von dieser alten Welt wollten wir uns eigentlich lösen und unabhängig machen. Und jetzt gibt es plötzlich diese Korrelation zwischen dieser neuen und der alten Welt und es sieht so aus, als hätten wir die Kontrolle verloren. Deswegen passt vielen dieser Fakt nicht in den Kram, aber es ist de facto leider so. Und ich habe heute einen guten Artikel bei Barons gefunden, der das nochmal gut zusammengefasst hat. Ich habe euch den hier übersetzt. Sie schreiben, obwohl Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte theoretisch unabhängig von den etablierten Finanzmärkten gehandelt werden sollten, erweisen sie sich als korreliert mit anderen wachstumsstarken risikosensiblen Anlagen wie zum Beispiel vielen Technologieaktien. Das Überschwappen dieser Abverkäufe von den Aktien in den Kryptobereich, ausgelöst durch die restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank, könnte noch lange nicht vorbei sein. Der Futures-Markt deutet darauf hin, dass immer mehr Anleger darauf wetten, dass Bitcoin weiter fallen wird. Perpetual-Bitcoin-Futures-Kontrakte haben sich in mehr Short-Positionen verwandelt, die auf einen Rückgang wetten, als in Wetten auf einen Anstieg des Preises. Und der Durchbruch von Bitcoin unter das Niveau von 39.500 ist ebenfalls ein bärisches Zeichen, sagt Funstrad, und verlängert ein zweimonatiges Abwärtsmuster, das Bitcoin auf die Tiefstände des letzten Sommers um 29.000 Dollar drücken könnte. Der technische Schaden dieser Woche scheint noch ein wenig mehr Abwärtsdruck zu erfordern, bevor eine Stabilisierung eintreten kann. Andere technische Analysten sehen ebenfalls weitere Rückgänge voraus. Die Liquidation von Bitcoin könnten aufgrund von Nachschussforderungen und Zwangsliquidationen auf dezentralen Handelsplattformen zunehmen, wo Bitcoin und andere Kryptowährungen in Smart Contracts gebunden sind, die sich automatisch an die Marktpreise anpassen. Wenn die Preise einbrechen, können die Verträge automatisch die Sicherheiten auflösen oder zusätzliche Sicherheiten verlangen. Also der Abbau von Leverage, also von gehebelten Produkten, das ist glaube ich auch ein Thema, was wir aktuell stark im Kryptomarkt sehen und was diesen Abverkauf auch weiter beschleunigt. Zusammen natürlich mit dem generellen Thema gerade an der Börse, an der Wall Street, Risikoabbau. Raus aus Risikoaktien, raus aus allem, was keine Umsätze macht oder keine Gewinne macht. Raus aus Technologieunternehmen, die erst 2025 oder 2030 profitabel werden oder wer weiß wann profitabel werden. Und in den Augen der Großen, der Hedgefonds, der Banken, der Institutionen, ist Krypto das ultimative Spekulationsobjekt, weil aus deren Sicht, ich sehe das ein bisschen anders, ich spreche jetzt nur aus deren Sicht. Und wir müssen deren Sicht verstehen, weil die den Markt steuern und die den Markt lenken. Aus deren Sicht gibt es sozusagen bei Krypto keine fundamentalen Daten, die irgendeinen Preis rechtfertigen würden. Wie bei einer Aktie zum Beispiel. Bei einer Aktie kann man sagen, okay, wenn die Aktie jetzt unter diesen Preis fällt, dann wird die Aktie langsam lächerlich billig. Weil das Unternehmen hat so und so viel Umsatz, so und so viel Prozent Wachstum und so und so viel Prozent Gewinne, Rendite. Und das fehlt aus Sicht der Großen in der Kryptowelt komplett. Die sehen das als große Spekulationsblase. Die sehen die fundamentalen Entwicklungen in der Kryptowelt nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht einfach brandgefährlich, sich hinzustellen und zu sagen, Bitcoin kann nicht unter 40.000 Dollar fallen, außer es gibt irgendeinen externen Schock. Wir haben ja gesehen, es gab keinen externen Schock. Es ist gar nichts passiert in den letzten zwei Tagen, außer, dass die Wall Street keinen Bock mehr auf risikoreiche Aktien hat und alles abstößt, was nach Risiko riecht. Und Bitcoin und Krypto und alles das riecht für die nach sehr viel Risiko und es wird abverkauft. Und das ist egal, ob da 40.000 oder 36.000 oder 25.000 am Ende stehen. Und das kann auch so weitergehen. Und deswegen möchte ich einfach warnen an der Stelle vor solchen Doktoren, die sich hinstellen und sagen, so sieht es aus und das macht der Markt in den nächsten Wochen. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Ich bleibe dann noch bullisch, was Kryptowährungen angeht und wenn zum Beispiel Kryptowährungen, die ich persönlich halte, noch viel stärker fallen, dann werde ich die natürlich nachkaufen, weil sich ja aus meiner Sicht fundamental nichts daran geändert hat, dass bestimmte Projekte wahnsinnig vielversprechend sind und in einer zukünftigen Welt eine sehr wichtige Rolle einnehmen können und dann ihren Wert auch wieder steigern. Ich will nur sagen, verlasst euch nicht auf diese Glaskugelei, auf diese Kartenlegerei, auf diese Kaffeesatzleserei. Es bringt am Ende alles nichts. Wenn die Großen abverkaufen, dann fällt Krypto auch weiter und dann fällt der Bitcoin auch auf 25.000 Dollar. Alles kein Thema. Kann passieren. Insofern haltet die Ohren steif. Haltet Kapital bereit, um nachzukaufen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.